hey leute und willkommen zu einem neuen video dem monat oktober 2021 so was ansteht ganz schnell ganz bündig weil ich gleich noch einen film gucken wollte und was anderes erlegen wollte die DC fandom kommt DC fandom ist halt dieses event von DC also abkürzung DC sind diejenigen die batman gemacht haben so ein bisschen übersetzt also die batman filme gemacht haben und aquaman warner bosch genau die haben in ein event am 16.10 da werde ich wieder ein bisschen grau schneiden und vielleicht am 17.10 rein tun eine complication von allen trailern also nicht das komplette event das wird ein bisschen lang sein dann startet farcois 6 am donnerstag am release versuche ich es hochzuladen und bioshock 2 kommt ein tag vorher am sechsten zehnten das sieht ja war alles in der beschreibung dann startet haus auf es ist ende des monats ab 23 10 stopp ist glaube ich nicht wie es denn also samstag glaube ich nicht dass das ein release der ist gut alles andere läuft wie gewohnt live das strange wird beendet am 9 10 kinder läuft weiterhin und schon alles durch ja habe alles erzählt eigentlich was ansteht diesem monat ist nicht viel klar drei projekte starten eins hört auf das gecko vlog habe ich endlich gestern hochladen können er hat mich mal davor gescheucht keine ahnung ach ja genau was auch noch kommt ist age of empires 4 ab 31 10 habe ich mir gedacht solche spiele ich eine kurze runde damit wird aber nicht lang gehen so vier fünf parts wäre ich auf jeden Fall dabei werden vielleicht auch so längere parts wie bei life is strange habe ich ja auch mal so eine stunde session gemacht weil ich eigentlich das als live team machen wollte klappt aber nicht bei age of empires wollte ich auch eigentlich ein live team machen ich weiß nicht ob das klappt ich würde sagen das waren die themen war schnell super schnell wir haben das gerade mal drei minuten gequatscht und das war es dann ja aber so langsam aber schnell werden wir uns das ende des jahres mal schauen wie es noch weiter geht die welt sich weiter abspielt ja wir sehen uns dann je nachdem was sie gerade einschaltet haut rein bis dahin